die zentrale verteidigen wunderbar ich muss noch ganz kurz hier optionen und zwar gesamt lautstärke gehe ich ein bisschen runter jetzt dürfte man mich besser hören also im verhältnis zum zerstören Welle 1 jetzt schicken sie Titans macht euch bereit und erledigt sie ja drei normale Titans ist ja locker behaltet die Minikarte im Auge ich markiere es ah die kommen von da rechts scheiße 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 wo kommen die überall her wo hinten sind die auch schon ist ne ich hätte dieses mal ganz woanders erwartet dass sie spawnen wir haben den Pilosen verloren Ernte an Schülte geknägt gut Ernte Gesundheit bei 75% vermündeter Pilot einsatzbereit ich war mal ganz kurz still ich musste ganz kurz nachschauen boah shit 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 das sind viele fuck 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 ich sterb da hinten direkt da hinten da kommt der Titan da kommt der Titan da kommt der Boah ich bin tot scheiße Alter für mir ich bin recht das ist egal jetzt muss ich wieder wachen jetzt muss ich wieder wachen jetzt muss ich wieder wachen ich will jetzt nicht spawnen ein Titan ist weg ein Titan ist weg ok da hinten sind noch Titans ach so wir gleich jetzt in Untertrag boah scheiße das sind sie die sind gleich beide aber ich hab noch keinen Titan alter ich will warum mach ich warum mach ich ich balle jetzt einfach mal mit meiner anderen Waffe hier bis ich noch nach einer Waffe sehr nice Runde 1 geschafft sauber diese Welle haben wir überstanden weiter so Leute dein geschütztes Eindertsbereich bring es in Stellung und überlag ihm den Rest ok ich hab's geschützt kann ich schon mal einsetzen ist sehr schön und Titan kann ich einsetzen aber Titan benutze ich jetzt noch nicht sofort brauche ich noch nicht Piloten es ist noch nicht vorbei fällt euch auf Mörser Titans und Selbstmordspektors ein ihr solltet euch aufteilen um sie auszuschalten ah Mörser Titans die Nerven so derbe ok ich glaube ich stelle mein ich weiß noch nicht genau wo ich mein Geschütz hinstellen ich lauf jetzt einfach mal noch ein Stück ich mach mich sofort aufm Weg zu den Titans ich auch aber ich also sind das nur Titans oder was diesmal ne und Selbstmordspektors ok also nicht viel besser ich lass mal meinen Titan kommen ich will das Erdnachträgen ziemlich was ab kümmer euch drum ok reaktiviere manuelle Steuerung ich geh mal auf die Mörser los Erdnachträgen unter schweren Beschuss durch Mörserteiten schalten sie aus bevor die ihn zerstören Erdnachträgen bei 50% Erdnachträgen bei 50% komm schon komm schon stören komm schon oh oh komm her komm her komm her yes sehr nice weiter gehts Mörderteil, so weit das Auge reingeht! Er holt einer so mehr. Schadensystem erhöht. Alter, hier sind 3 Stück. Okay. Nice. Sehr gut. Das war quasi nicht schwer. Nö, aber die Runde ist ja noch nicht zu Ende. Jetzt kommen die ganzen scheiß Minispectors da. Aber die sind weniger gefährlich. Okay. Ich stehe mal eins für meinen Geschützen hin. Ja, mein Geschütz hat einfach mal schon 31 Kills gemacht. Meins hat jetzt erst 4. Ich habe es jetzt aber auch erst hingestellt. Achso. Es ist jetzt bereit wie los. Stationiert um auf vorrückende Gegner zu feuern. So, ich habe das nächste Geschütz, das ich mir jetzt hinstellen kann. Ich glaube, ich stelle das nächste auch wieder hier hin. Kein Modus aktiviert. Die AMC schickt die nächste Welle. Alter, komm mal her. So, lass mal überlegen. Ich stelle mal... Ich weiß ja nicht, was passieren wird. Ich stelle mal das nächste Geschütz auch hier hin. Also direkt an den Eingang. Ja, die Atom-Typen. Ja, nice. So, ich gehe mal wieder in meinen Typen noch rein. Jetzt verzust dich. Das größte Problem werden halt echt die Atom-Typen zu immer. Ja. Einer ist weg. Ich merks. Boah, ihr steht mir so alle im Weg. So. Oh, oh. Einmal zurück, aber nochmal zurück. Ah, wunderbar. Komm, 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 komm. Stirb, 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 stirb. Ihr Schadens-Output wurde erhöht. Feindliche Zeiten zerstört. Dein Geschütz wurde zerstört. Bleib wo du bist. Ich besorg dir ein neues. Wir haben den Piloten verloren. Ihr Schadenssystem ist offline und wird geladen. Und der nächste, den ich weg habe. Feindliche Zeiten zerstört. Mehrere Atom-Typen stehen groß auf den Ernstern. Fick dich da. Komm her. Komm her, du. Wie läuft's bei dir so? Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, mein Titan ist noch mehr als die Hälfte am Leben, sozusagen. Und ich hab schon was, dass ich nicht viele Titans tun. Bei mir leben die Titans jetzt nicht mehr anzulang. Also mein Titan sicherlich nicht mehr. Mein Titan zerstört. Ich bin noch mit drauf gegangen. Ich hab mich eigentlich noch weit genug, dachte ich weggeportet. War ich aber dann doch nicht. Was kostet. 没事. Boah shit. Wir sind im Marsch. Fertig. Ach so Gott sei Dank. Ach, Gott sei damm. Alter. Wieder voll viele Erschubten. Ahm. Da oben ist einer. Da oben ist einer. Ich bin mein Vorsitzender. Boah, der geht rauf, Alter. Das ist jetzt gar nicht gut. Alter, wenn die kaputt gehen, weißt du direkt immer zu hören. Scheiße. Ein weiteres Leck. Ja, aber wenn die halt hochjagen direkt neben dem Ding... Ja, ist das nicht gut. Nein, 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 nein. Die müssen sich halt wirklich vorn machen. Ja, nein, 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 nein. Das hat der Gegenlage zum Weckhaus. Weil wenn du zurückgehst, ist doch scheißegal, ob du stürmst, aber... Die gehen halt dann immer zurück. Und dann ist halt am Arsch, weißt du? Ja. Ah. Okay. Ich lass mal meinen Titan kommen. Und geschützt schalte ich mal da hinten rechts hin. Einfach nur zur Sicherheit. Das stelle ich mal hier hin. Ja. Ja. Team, neue Welle näher sich. Wollen wir mal, ne? Diesmal auch mithalten. Ja. Das wird schon... Oh, schon wieder 19. Äh, ist ja die gleiche Runde wie gerade. Ja, stimmt. Okay. Los geht's. Ich würd sagen, frontal in Angriff. Die spawnen halt da hinten, diese kleinen Teile bei uns. Aber ich geh jetzt voll. Ja, das machen wohl die anderen beiden, ne? Ja, hoff ich doch. Aber die machen auch lange nicht so viel Schaden. Aber diese Atom-Titons dürfen einfach nicht durchkommen. Boah, wie viel kann der eigentlich noch rausschaden? Wir schießen, Alter. Boah, verarsch mich doch. Komm her. Also einer ist weg. Ja, ich bin auch gleich weg. Das ist wie eine Hölle. Aber ich hab mich hochgejagt direkt neben ihm. Beschütze in Ernta, während die Schilde geladen werden. Okay. Shit, shit, shit. Okay, er achtet gar nicht auf mich. Der ist natürlich Dummheit von ihm. Aber von hinten zerfen mich welche an. Da kommt da unten durch. Der Jagdschuh. Der Jagdschuh. Da unten kommt auf jeden Fall einer durch zu uns, geh. Nur so den beiden. Ja, ich hab hier auch Eker ein. Der mich gut bedient. Die Schilde des Erntas kriegen ziemlich was ab. Kümmer euch drum. Ah, ok. Mein nächster Titan ist bereit. Mein nächster Titan ist bereit. Oh, shit, 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 shit. Da kommt ein Atom-Titon. Er darf nicht in der Nähe des Erntas gehen. Komm rein, 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 ok. Okay, ich bin weg. Sehr schön. Die sind auf, nein. Die losen Modus aktivieren. Boah, vor allem. Er lag sich hoch. Nein. Doch. doch das wird ein Blick schon her vom Stil das sie sind die viele das wieder sind hier das kommt einer hinterher da ist einer ganz in der Nähe weil das sind viele ich weiß aber ich schieße nur da drauf oder die Atomkursion hat mich wir sind so am Arsch sag ich dir es sieht besser aus als vorhin ich bin direkt wieder gespawnt okay das ist ja cool warum nicht immer so hier sind die kleinen Spectres hier die fick ich kurz weg hier Alter da haben wir auch noch mal einen wie viele das hier sind aber das macht mega Laune finde ich ja auf jeden Fall okay das sind die letzten sieben der eine ist ja 1,2,3,4,5,6 sind es noch also zwei stück laufen normal durch die Gegend da habe ich einen da ist das aber diese Spectres Heile sind auch absolut ungefährlich ja zu sehr ja zumindest im Verhältnis boah ich bin schon wieder tot dein Scheiß der ist hoch ich bin jetzt offen drauf ja der ist weg ich kann direkt den Titan spawnen lassen oh könnte ich nicht Alter noch bevor ich spawne habe ich den Titan spawnen lassen ich kann aus der Luft schießen ich kann aus der Luft schießen wir sind alle fressen alles sind durch ich weiß 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 ja wir haben es geschafft innen haben wir es geteilt gute Arbeit oh fuck aber er ist 3,5,4 stationier dein Geschütz an einer strategisch günstigen Position oh Geschütz sehr schön Geschütz, Geschütz stelle ich wieder da hinten rechts hinten wie gerade eben auf ich hätte gerne noch mehr Geschütze als ist ja cool ich weiß ihr steht da unten steht in den Elektroschrott aber eine Welle kommt noch gebt alles und das geht jetzt und das geht jetzt mit den Titan steigern boah fuck sieh zu dass wir genug Munition haben die Mörser-Titons doch ich gebe wieder in meinen Titan rein aber nur 3,5 halt nicht so sind angenehm ja aber die Mörser-Titons die Nerven ich habe latscht direkt durch jetzt ja ich auch da sind die Frontsoldaten ich latscht auch kurz drüber soll ich mir mal kurz drüber gelaufen Alter, das geht mir richtig damage macht Alter was ist das für Tier der mich alle noch durch also kann ich nur da hinten durch oder womit dann ah ok hier spawnen jetzt direkt nochmal welche aber die latscht ich auch noch drüber ok da kommt schon der erste Titan so einer ist weg der hat mich noch weg gemacht der hat mich noch weg gemacht der hat mich noch reingedrückt boah shit 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 die Titan sind richtig heftig also ja die sind normalen ne die können einiges ja also sind keine Underpower den Titans oder so ne also meiner würde den Kriff auch am Arsch gehen tausend kalten Windern schafft ich das hier nicht durch aber egal egal ich greif jetzt einfach mal rüber ok über die lauf ich auch rüber ja etwa wie der Piloten die ich gestört hab wie heftig der Mensch ich weiß haha ich stand auch mal ich latscht da jetzt rein ja es jagt mich dann gleich hoch aber es ist mir egal ich werde gleich hochgejagt war klar aber es ist dann egal der Ernte ist nein nein wie schnell ging denn das jetzt oh man ok dann nochmal war ein scheiß aber auch spiel ok Team ich fahre den Ernte wieder hoch Ok mein Schütz steht aber noch hier hin ah ok ich kann noch ein Geschütz installieren jetzt ich stelle das ich weiss nicht oh mein Geschütz steht auch noch ich stelle dieses Geschütz jedes Mal hier hin irgendwo hier mit ner Weiden und dann breit hier so jetzt kann ich teils spawnen hab ich auch direkt ich bin da so alles allein hier welche Runde ist das? denk an das ist unsere letzte Chance was willst du? welche Runde spielen wir gerade? äh vierte von vier ok aber wir sind jetzt immer zu dritt ja kein Problem ja aber es wurde ja angepasst die Schwierigkeit anscheinend stand oben ah das ist nett ja ein vieres Spiel ist mir auch nicht mehr gut ne also ein Dack boah shit wo sich alles angreift hier was da ist wo sich alles angreift hier was da ist komm 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 welche Nummer bist du eigentlich aufhörer? ich glaub drei vorhin war ich vier ja ich bin drei du bist ja ok dann ist die 1 raus hier dann auf zum Mörder ja schieß doch schon mal ja sie sind an den Rändern der Mini-Karte stationiert holt sie euch ja aktiviere Schafensystem die Schafensystem die Schafensausbildung die Schafensausbildung die Schafensausbildung die Schafensausbildung ein Mörder ist weg so ich geh hoch boom ein Mörder ist weg ja hab mich auch um einen gekümmert gerade komm 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 ich kümmer mich um den hinten ich werf noch ne Granat herein ich bin noch ein Mörder ist dass ich da habe ja wunderbar richtig gern komm 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 geh hoch Junge war cool auseinander genommen richtig schön richtig schön richtig nice jetzt haben wir da noch einen boah ich bin tot von hinten kommen wieder welche die waren gerade noch nicht da scheiße jetzt muss ich wieder 20 Sekunden warnen bis ich spawnen kann aber ich kann von hier oben schon schießen das ist gut ich versuche einfach mal mein Glück schaden kannst du ja nicht wir müssen ja unbedingt schauen dass sie nicht durchkommen ey ja ich kümmere mich grad um die Mörder hier hinten zu platinum bei 50% gelosen schützen die vor weiteren Start boah scheiße da sind alle da ey tyton bereit sie spawnen mein Geschützer hat einen tyton anledigt sagt sie mir gerade die die Mäuse sind alle weg ja ich bin schon on my way die haben sich gerade selbst verstimmt oh ich hab auch schon ein Zeit mit meinem Geschick ja wohl abklatschen abklatschen geil super geil